Sind das alle Waffen, die hier sind? Ja, warum? Die werde ich alle mitnehmen müssen, um auszuschließen, dass diese Waffen in einem Tötungsdelikt eine Rolle spielen. Trainieren Sie gerade für eine Mensur? Nein, wir sind keine schlagende Verbindung. Herr Schmidt zum Gesicht ist doch albern. Wir wollen schließlich nicht die Bösewichte in irgendwelchen Nazi-Firmen spielen. Aber wir lieben den Fechtsport. Wollen Sie diesen Degen auch mitnehmen? Den als erstes. Und wenn ich ihn nicht hergebe? Dann werte ich das als Angriff auf einen Polizeibeamten und erschieße sie in Notwärmung. So im Ohr los. Sind Sie ja Dauergast? Ich ruhe mich bei guten Freunden aus. Von den Abenteuern des Lebens. Geh in die Tablette und wenn du noch was brauchst, wir sind unten. Ich wusste gar nicht, dass hier auch Frauen wohnen dürfen. Das ist doch eine Burschenschaft. Ich will eine Ausnahme. Bis später. groups zu Hause in' dem Menschen. Diebbi. BCHS 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 Bis zum nächsten Mal.